Für Blau und Schlau, da suchen wir... Pfotenabdruck! Oh, einen Pfotenabdruck, genau! Und das ist unser erster... Hinweis! Hinweis? Hinweis! Den meinen wir in unser... Notizbuch! Wir spielen Blau und Schlau, Blau und Schlau. Wir suchen uns noch einen Pfotenabdruck, Hinweis Nummer 2. Der kommt dann ins Notizbuch. Wer wird daraus schlau? Blue, die ist schlau! Wir suchen uns den letzten Pfotenabdruck, Hinweis Nummer 3. Der kommt auch ins Notizbuch. Blue ist ein Wauwau, Blau und Schlau. Ihr wisst, was dann kommt. Ihr setzt euch in den Denksessel und denkt... 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 Strengen wir uns etwas an, gehen Schritt für Schritt voran. Ruhig, Blut, nur etwas Mut. Dann wird alles gut. Okay, wir wollen herausfinden, was Blue basteln will für die Kunstausstellung.